Ich bin krank, deshalb gehe ich morgen nicht in die Schule. Ich will in Deutschland studieren, deshalb lerne ich Deutsch. Ich bin müde, deshalb kann ich nicht kommen. Ich muss arbeiten, deshalb gehe ich früh ins Bett. Ich bekomme Besuch, deshalb muss ich kochen. Ich brauche Geld, deshalb muss ich arbeiten. Ich brauche Geld, deshalb muss ich arbeiten. Auf Wiedersehen! Tschüss! Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld.